Wir feiern heute am 8. Dezember das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und wir hören aus dem Buch Genesis. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Das ist schön, dass wir eine solche Botschaft haben an diesem Tag. Eva Leben. Maria kam sozusagen zu ihrer Aufgabe durch den Engel, der ihr diese frohe Botschaft gebracht hat. Ave Maria, gegrüßet seist du Maria. Begrüßt seist du Maria, der du nun Leben schenken wirst. Gegrüßt bist du aber, seist du aber auch vom Leben. Gegrüßt bist du, der einen Menschen werden lässt. Und das finde ich eine schöne Botschaft auch, die mit Maria zusammenhängt. Ave Maria, gegrüßet seist du Maria. Seit Maria wissen wir ganz genau, möchte ich sagen, dass alles Leben begrüßt ist. Dass alles Leben auf dieser Erde willkommen geheißen wird. Dass alles Leben auf dieser Erde eben auch den ersten Gruß Gottes in sich trägt, auf dieser Erde willkommen zu sein. Das bringt vieles mit sich, dass wir verantwortlich sind für unser Leben, aber auch für das Leben anderer. Aber dass wir auch ein Stück wissen, dass genau mein Leben begrüßt ist und mein Leben auch immer wieder Mensch werden darf. Dazu hilft uns immer wieder auch Maria mit ihrem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich Sie mit allen, die zu Ihnen gehören. Amen. Untertitelung des Vaters